Trumpf ist ein internationales Unternehmen mit weltweit mehr als 14'000 Mitarbeiter Andrea 70 Standort. Während der Ausbildung hat man die Möglichkeit am Lehrlingsaustausch teilzunehmen und an einem anderen deutsch sprechenden Standort mitzuschaffen. Hoi zusammen, mein Name ist Gelsjimna Zifi. Ich bin Polymechaniker Fachrichtung Automation im zweiten Lehrjahr. Heute zeige ich euch meinen Profisalltag. Kommen wir mit, legen die Schutzbrille an. Safety first! Das Coole am Polymechaniker ist der abwechslungsreiche Alltag zwischen der maschinellen Arbeit und dem Handwerk. Als Polymechaniker lernt man das Handling mit verschiedenen Maschinen und Messmitteln. Zusätzlich bekommen wir noch diverse Einblicke in die Elektrik und die Montage. Ich bin der Gianluca Hohl und stehe kurz vor meiner Abschlussprüfung in meiner dreijährigen Produktionsmechanikerlehre. Meine Lehre habe ich in der maschinellen Fertigung gestartet und bin im Verlauf vom zweiten Lehrjahr in die Montage gewechselt. Momentan bin ich in der Lasertechnik tätig und montiere dort die Versorgungsgeräte der Markierlaser. Im zweiten Teil der vierjährigen Polymechaniker Lehr verbringen wir den größten Teil im Lerncenter Produktion. Hier wird uns das Montere und den Betrieb von unseren Lasermaschinen und Baugruppen beibringt. Und wir werden es so auf automatisierte Systeme ausgebildet. Mit anderen Lernenden bauen wir die Frachbettlasermaschinen von Beginn an auf. Die Fertigmaschine wird direkt an den Kunden geliefert. Jetzt hast du einen kurzen Einblick in unseren Profsalltag als Polymechaniker und Produktionsmechaniker gehabt. Hat es dir gefallen? Dann bewirb dich doch jetzt bei Troo Schweiz AG. Tiefeern abonniere micheini werfen. Bis zum nächsten Mal. اط